So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Brutal Mario. Wir wollten in dieser Folge den Skystar machen, wie man an der Zeit unten rechts erkennen kann, das ist ziemlich spät, beziehungsweise ziemlich früh, naja, für mich ist es ziemlich spät, weil ich die ganze Nacht noch war bis jetzt. Ja, es sollte Spaß machen, weil ich seit 11 Uhr, ich bin gestern um 11 Uhr aufgewacht, ja, also ich bin schon eine Weile wach. Oh man, das war spaßig. Ja, aber ich wollte irgendwann Brutal Mario durchhaben, dass ich noch andere Sachen spielen kann. Und ja, ich meine, dann kann ich ja auch ein bisschen aufnehmen, weil ich hier gerade wach bin und nicht schlafen kann. Oh nein, der Novel Exit bringt mich nicht aus der Sternenwelt raus. Uhuhuhu, was will ich nur tun. Die Sternenwelt ist irgendwie einfach. Größtenteils. Ja, dann suchen wir mal den Secret Exit. Ich kann mir schon vorstellen, wo der ist. Tja. Äh, okay. Einfach hör mal schön den Münzen folgen. Ja. 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 Ach ja. Ja. Wieso nicht. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen viel gane, aber ich meine, es ist immerhin fast 5 Uhr nachts. Und da darf man auch mal müde sein. Tja. Ähm, okay. Ich habe irgendwie Joschi verbeugt. es dauert bisschen machen wir gut kaum schon die Leiste ist echt großzügig nehmen wir Yoshi mit und fliegen nach unten glaube ich interessant ich dachte eigentlich wenn wir keinen Treibstoff mehr haben fliegen wir einfach raus ach nein es funktioniert genauso wie das Donkey Kong Country 3 nur dass man nicht stirbt wenn man keinen Treibstoff mehr hat interessant ich glaube ich schaff das nicht ich glaube ich habe so wenig Treibstoff für das was ich gerade angestellt habe komm schon so schnell kann man nicht reagieren das ist verdammt nochmal unmöglich und vorbei cool nochmal probieren ich habe keine Ahnung das ist irgendwie viel zu viel weil man muss einfach wissen wo man landen muss ansonsten kann man da nicht so schnell ausweichen und hier sind nicht mehr Münzen die einem vorgeben wo man hin muss äh ja das wusste ich zum Beispiel schon mal nicht mehr dann die Mitte und dann war es glaube ich links ja gut dann kam hier das One Up hier kann man Leben fahren läuft und ich habe wahrscheinlich schon wieder zu wenig Treibstoff oh komm schon witzig naja wenigstens kann ich die ganze Seite Start Select machen oh man schön nach links dann nach rechts dann rechts bleiben war es glaube ich oder? ja und dann nach links nein in die Mitte dann nach links joa schon cool das Level und dann in der Mitte nach oben und wenn wir jetzt nicht genug Treibstoff haben dann weiß ich nicht wie man das überhaupt schaffen soll tja wir haben es geschafft läuft und ich weiß nicht wofür man dann Leben bekommt man kann einfach mit Start Select aus dem Level raus so Sky Star hätten wir geschafft wir haben bis jetzt alle Sterne gefunden und dann machen wir das Schloss von dieser Welt Ryder Crafty cool oh man ok es wird ein interessantes Gimmick ich wollte eigentlich nicht durch die Tür gehen so ok ok ich habe genug von dieser Caster zu escape das infinite loop exit durch die Tür ok ok interessant ja ich sagte mal eigentlich nur so ok ich kann nach links gehen bin ich nach links gegangen ist mal schon interessant ok hier müsste man wahrscheinlich über die Karzen springen aber ich habe den Gilben Speech gerade äh vor zwei Videos gemacht oh Gott oh pff 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 ok ok oh ok interessant also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet nein weg ich will das nicht oh Junge wieso pff pff die Fragezeitbox verschwindet wenn da wenn die Kugel kommt oh fuck total fair und so wie immer ich kann Blöcke nicht so einfach duplizieren da ist wie so verschwinden Sprites einfach so das sollte nicht passieren aber ich nehme an das ist nur eine Demo und es würde gefixt werden ok ich kann einfach hier weiter gehen ich habe keine Ahnung was in der Röre ist ich will es aber auch erstmal irgendwie nicht herausfinden ok interessant ok Fehler das ist gut mit Railpoint gut hätten wir das schon mal geschafft das Schloss ist ziemlich cool oh man ein paar von denen wurden glaube ich lebendig mhm ok da fängt es an ah ok wenn ich dran vorbei laufe in dem Buch ah ok ein Röcken eine Säge ja die goldene Baserstatue irgendwie hier oben lang sieht sich heraus ok so gehts auch natürlich wird nicht der Cooper lebendig sondern der Bulle bill ist doch total fair weil ich das ja weiß ok einfach mal ne Tür oh nein wo muss ich nur hin cool oh nö durch welches Fenster muss ich gehen ok dammit ah Cooper diesmal war ich nicht vorsichtig ok ist hier ein Fenster durch das ich theoretisch gehen könnte nein oh ich will das doch nicht ich will das doch nicht ok 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 schon wieder ich bin gut ja super da komm ich auch nicht durch ah 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 ich verstehe wusste nicht dass es so ein Buhu ist bleibt mal schön da stehen aha ok das war einer mit Feuerball gut genug ok ähm noch ne ähm hab ich es geschafft lol das ist unfair das ist so unfair das ist so unfair ich mein klar ich kann in dem Raum erstmal stehen bleiben aber was oh komm schon den Raum nochmal ok 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 bis zum ersten Kuh weiß ich dir nichts passiert oder aha ja cool hm 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 Monstern und die Bäder erkennen würde. Hey cool, der verwandelt sich erst in den richtigen Buhu, wenn ich an ihm vorbeigelaufen bin. Komm hier runter. Ist... Okay. Ist okay. Hi. Ciao. Wir haben zwei Power-Ups. Wir haben wieder diese Typen, um die wir uns kümmern müssen. Die überhaupt nicht wirklich schwer sind. Oh nein. Oh nein. Einmal, zweimal. Komm schon. Feuer-Typ. Wirklich. Nein. Komm schon. Der eine töte mich einfach noch. Oh Mann. So bitter. So bitter. Oh nein. Nein. Ich habe keine Lust mehr. Ich fliege. Das musste ja passieren. Oh nein. Junge. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Boah nein. Ich bin so schlecht. Boah. Nö. Kann ich jetzt bitte. Kann ich jetzt bitte. Da durchkommen. mal. Okay. Wenn ich erstmal fliege, dann ist das 10.000 mal einfacher. Zweite Feder Wow Wie mich der fast immer trifft So Du kommst jetzt mit Ja Schön mitkommen Tönt mich halt fast Ist gut Tschüss Wir haben noch zwei Federn Das heißt ich brauche keine mehr Ja ich weiß Ihr seid richtig toll Mhm Mhm Cool Geht doch So Diesmal Oh my god Aha Wow Ich hätte einfach warten können Bis sich alles aufgestoppelt hat Nicht so umsonst so risky Okay Noch meine Feder So Oh das war der Spaß Hashtag Spaß Und Und Oh man Oh my god So ein Spast. Macht einfach das Nabyrinth unsichtbar. Oh, Junge. Ich konnte den Schuss nicht mal sehen. Ja, wo wirfst du hin? Oh, komm schon! Richtig cool. Echt cool. Danke. Abkürzung nehmen. Dann probieren wir's halt nochmal. Diesmal weiß ich sogar, was ich tun muss. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht random und so. Nö. Alles gescriptet. Und hier müsste dann das zweite landen. Okay, er kann mich wenigstens nicht verletzen, sondern nur seine Flammen. Das ist schon mal positiv. Und komm mal her. So, wo sind die Blöcke? Genau hier. Und komm schon. Unfair. Der Typ. Aber wir haben's geschafft. Ach, wenn er einfach dahin geschossen hat, wo ich nicht ausweichen konnte. Was total dumm war. Egal. Wir haben's geschafft. Thank you. Boah. Mario will ich einfach das Haus weg. Also das Schloss. To keep Mario quiet. The crafty one. Roy gave Mario a huge Yoshi egg. Mario promised not to tell anyone about it. Okay. Boah. Das läuft bei dem. Damit geht's runter. Inwert 7. Ich weiß gar nicht. Northern Resort. Was haben wir denn hier? Och. Wow. Nö. Och nö. Nicht die Pinguine. Woh. Ja. Ich wollte Chefter nur mal schauen. Wie seid ihr denn wirklich wegstoßen? Ach. Und die Köpfe von den Schneemännern können auchzu einem herrollen. Ist auch cool. Yep. oh cool cool okay kann man kaputt drehen danke gut zu wissen dass die einen einfach zerquetschen können ich meine man hätte sich denken können aber kam ich ja spiel hier please das ist echt nicht fair das sieht auf youtube schon wieder episch aus wahrscheinlich ist es jetzt richtig verpixelt einfach nur bei youtube nein doch danke nein wieso wieso ich bitte nicht oh god noch mal ein schneemann und das ziel das war kurz aber nicht wirklich einfach frozen cave kann mir schon vorstellen was das finde wird ok in hdma effekt und sich bewegen das wasser oh nein das ist das gemik was ich denke dass es ist ok ich weiß es noch nicht es könnte auch sein das wäre auf jeden fall nach oder schwimmen wir hier jetzt einfach nur rum und denken uns so lalalala das interessiert uns eigentlich gar nicht dieses level vielleicht darf ich es zweimal spielen einmal mit wasser und einmal ohne aber klar doch ich glaube ich habe es verkackt ich glaube ich habe es ziemlich sehr verkackt cool dann finde ich echt knorke oh man joshini komm her ich verstehe nicht wofür die ranke hier ist aber ok das war knapp so nein fisch please das ist schon mal gut perfekt ok das hatte ich jetzt eigentlich nicht mit eingeplant eigentlich ist ein dino egal das level kann man schon mal auf zwei arten spielen von denen ich gerade eine geschafft habe ok den zweiten teil schaltet man frei sobald man den ersten teil geschafft hat ja ich dachte man muss in die röhre zurückgehen ganz viele andere gegner auf einmal und wir dürfen joshi nicht behalten finde ich ok oh junge wo halt noch bessere sprünge ein ja rutschig und dann so ein sprung das ist echt cool von dir spielen ledermäuse klar nein nein ich wollte doch fliegen ok alter hyper speed mario auf einmal das level ist nicht wirklich lang aber aber man könnte ein paar versuche dafür brauchen weshalb es dann schon wieder eine angemessen länge hat ich denke die ganze zeit ich denke die ganze zeit ich renne ok schön hier stehen bleiben dann hier rüber dann darüber und jetzt müssen wir noch hier runter damit wir auf die andere seite kommen ein mond ein mond ein mond nein ich will mich nicht treffen lassen und wir haben den secret exit yay dieses level müssen wir ich glaube so oder so machen also mache ich das jetzt mal erst noch nicht und ja gamebu ne das machen wir beim nächsten mal joa ich würde sagen ich hoffe die Aufnahme hat euch gefallen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal